hallo zusammen und herzlich willkommen in den bergen in starforge vor mir steht der fleischhammer die einäugige fliege guten tag wir haben es raus geschafft in den letzten folge sind wir ja mehr oder minder verzweifelt und haben die ganze folge verbuselt da unten aus diesem loch rauszukommen also wir haben es geschafft über die seitenwand und da ging es dann doch wo man gedacht hat es geht nicht weiter ging es dann doch aber wir müssen auf dem rückweg darauf achten gar nicht reinzufallen und auch nur auf dem weg weiter nach oben nicht dass da noch so mehr schön ja einfach so viel ist das hier stein oder titan jetzt mit dieses stein ja plus zwei stone wie könnte denn titan aussehen vielleicht hat man hier ist was helles im stein und es ist trotzdem stone ich überlege gerade wir hätten einfach da unten roter stein da ist um es roter stein wir hätten eigentlich da unten auch stein abbauen können uns eine treppe hochbauen können glaube ich hab was hier wenn das kein öl ist dann könnte das titan sein ach da wow direkt jetzt bauen die so ein vieh ey was ist denn mit dem los titanium ohr titanium ohr dass die folge fängt gut an habe ich den rest dabei näher befinden reist auch hier ist kriegen noch sandstone oder warum wir noch ich gucke mal ganz kurz wenn du da noch tröst 25 oil hast das öl zu welch mit nänge und 25 cent stone echt wie viel ja 77 super brauchen wir nur noch selbst ohne kann man immer sehen diesen blöden drill da noch so er hat sich das lohnt letzte folge mensch die odyssey was hat da so gerumpelt das klipper merkt nicht der berg erschlägt er uns jetzt ich gehe mal lieber ein bisschen an die seite wie wir brauchen 75 aber wir haben die tanien gefunden endlich können wir uns ein hätten wir das vorgerüst na wenn man schon vor 25 folgen ja ja genau wer macht denn jetzt mal wie fragt er jetzt auch tolle so aus der ego perspektive spielzeichen der third person oder eine ego ego 33 auch von außen sieht auch lustig aus ja kann man wenigstens mit der umwelt sehen für den geneigten zuschauern kommen wir bloß nicht zu nahe mit der auch ganz toll ja 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 oben muss besser stehen wenn ein bisschen hoch kommen ich möchte schon hier becken einfach ganz tief wenn jetzt gott was ist denn schon gut wenn er jetzt seine frau So, noch 25. Eins. Keiner. Zwei. Drei. Wo ist denn Titanium? Wo habe ich es denn überhaupt? Hier. Hä? Will ihr mich verarschen? Ich sammle gar keinen. Kann man vielleicht nur begrenzt aufmachen? Doch, doch, doch. Sieht aus wie Stahl oder so. 68. Okay. 69. 70. Eins. Zwo. Oh, endlich diesen Bohrer weg. Das wäre geil. Aber du, man sammelt jetzt schon langsam, ne? Oh, fuck. Angriff in der Nacht. Geil. Wie du in meinem Heer fliegst denn? So cool. Oh, fuck. Das sind zwei Stück. Ich habe Probleme mit einem. Ich hänge hier rum. Ich muss mir kurz mal ein bisschen... Ich muss auch mal aus der Dingsperspektive raus. Oh, ich habe einen. Hast du? Ja, ich habe meinen... Wow. Noch einen? Hier ist ein Baum. Noch einen? Nein. Oh, ich... So. 78 habe ich. Ich brauche noch Sends. Ich glaube, das reicht. Der wird da hier rumliegen. 69. Ne, ist natürlich nur Sand. Scheiß doch die Wand an. Und hier links von uns? Also links von mir? Hast du meine Taschenhabe ausmachen? Ne, Sand. Ne, links von mir, da ist so ein Hügel. Ach hier, du meinst diese braunen Dinger? Ja. Ah, genau der. Da könnte auch Stone sein wahrscheinlich. Ja, Stone. Da unten ist noch mal... Oh, das ist ein Sulphur. Kommst du mit? Das wollen wir uns nicht verlieren. Ja. Oh, komm ey, wenn wir den Dings fertig kriegen, dann... Ich will jetzt endlich den... Ach so Sandstone. Ne, aber hier unten ist Chloe. Das könnte auch Sandstone sein. Hüpf. Ach du meinst du nur die rötliche? Sand. Sandstone. Sandstone. Sehr geil. Wir brauchen mal 25. Und dann... Boah, ich freue mich endlich auf einen neuen Bohrer. Nicht mehr die Sekunde... Wird der total kacke, pass auf. Nein, der wird gut. Nein, der wird sehr gut. Sowas reichen, ne? Guck mal. 28 Sandstone habe ich ja. Darf ich bitte 25 Oil haben? My Secure... Ja, 25 Oil. Oh, nicht in die Ritze... Ne, gut, machen wir es mal. 25. Licht vor mir. Habe ich? Oh, gut, dass du den Kram mitgenommen hast hier. Ja. So. Wirklicherweise. Drill. Forge. Oh, ich brauche noch. Oh, ich bin jetzt gespannt. Wo bist du? Super Bohrer auf der 1. Oh. Boah. Ähm. Ne, du musst lange drücken, glaube ich. Ja, mache ich ja. Ich drücke die ganze Zeit. Er baut ja ab wie bekloppt. 10, 11, 12, 13, 13, 13, 13. Hahaha, geil. Geiles Teil. Ah, ich brauche immer noch 3. Lass mich ja nicht in die Welt backen jetzt hier. Äh, C, genau. Krass, 40 Cent store und eben mal so einmal durchgehalten. Oh, deine... Sieht gut aus. Und? Ja. Läuft. Komm, nehmen wir zum Titan, oder? Ja. Was ist hier hinten? Was ist das schwarze? Schwarze? Hm. Könnte Stein sein. Aber das ist doch noch was rote und blaue. Was ist denn das? Hast du das hier hingebaut? Hier. Ach, das Ding. Genau, das wollte ich aber... Wo bist du? Da drüben. Biss den Sulfo noch mitnehmen? Ja, natürlich. Ja, jetzt ist es ja hier von wie auch so hoch dreht, weißt du so. Hahaha, geil, wie du dich freust. Geil. Oh, endlich nicht mehr dieses... Hier, äh, guck mal. Erstmal haben wir hier einen Vieh. Das könnte man auch gleich mal ausprobieren. Ob der dann stirbt? Zieh durch. Und? Äh, na, noch... Ja, es geht, aber das Risiko... Also wie gesagt, wir haben hier noch was rotet und was blauet und was gelbet, was wir vorhin nicht abbauen konnten mit dem anderen, das müssen wir natürlich auch mal rausfinden, weil das ist jetzt gold wahrscheinlich. Ja, ja, definitiv. Oh, wie geil, endlich ein geiler Bohrer. Carysin Ore. Hey, damit können wir uns ein Dings bauen. Hä? Äh, Bucky und so. Echt, Gäste? Oh, ja. Also daraus machen wir denn hier Dings. Wie heißt das? Oh, keine Ahnung. Klingt böse. Ja, das klingt sehr böse. Ich will ständig mal oben gehen. Ich mag mich ständig ab. Na, so ist gut. Oh, der hätte... Der... Der... Auch der irgendwie Strom oder so, oder? Nö, mal... Funktioniert auch. Aber es quietscht böse. Ja. Warte mal, Garrison, jetzt gucke ich... Cooles Teil. Was brauchen wir für ein Buggy? Nee. Für ein Buggy brauchen wir Iron Ingot und Graphene Ingot. Ja, Graphene machen wir daraus. Aber das ist doch... Das ist doch... Garrysman. Steht doch da. Ja. Wie, ja? Steht hier Graphene, Mike aus Oil und Garrison Ore. Ach so. Wo ist denn das? Da, Graphene. Ja, das ist das nächste... Ah, da brauchen wir Öl. Okay. Okay, wir bauen den Berg ab. Und wir holen uns Öl. Ah, eh so. Ist das geil, oder? So abzubauen, jetzt macht richtig Spaß. Von der Borte, wie auch mal eine Höhle. Okay, Kinder. Also, wenn ihr so spielt wie wir, braucht ihr lange. Ihr müsst direkt Titaniumrohr finden. Ja. Tatsächlich, ja. Aber das quietscht. Ja, das Zeug lässt sich echt schwer abbauen, ja. Meinst du, wird irgendwann stumpf? Ich hoffe nicht, weil der macht Geräusche, als wenn er das würde. Die Frage ist doch, irgendwann haben wir doch bestimmt das Limit erreicht an den Sachen, die wir aufnehmen können. Keine Ahnung. Ich stehe jetzt auf einer Stelle und der Berg verschwindet. Ebenso wie bei mir. Oh, ist das angenehm, oder? Aber ist sehr schön. Ich meine, diese... Also, wir müssen jetzt noch rausfinden, was dieser blaue Berg und dieser rote Berg ist. Absolut. Und dann machen wir zurück und dann wird Buggy gebaut und... Yeah, da wird richtig Kram erfunden. Absolut. Vor allem müssen wir uns bessere Rüstung machen. Ja. Wie viele halken jetzt hier schon von dem Zeug? 78. Also, manchmal verkantet der Bohrer, das klingt übel. Oh, fuck, ich werde angegriffen. Fuck, äh, sechs, ähm... In der Sicht. Oh, wie er mich auch wegschmeißt. Oh, da kommt noch einer. Ich hab'n... Ich hab'n sicher in dem Doing. Ja. Hast du nicht gedacht, du Kacka. Muss ich mal hier spritzen. Da unten sind noch zwei. Ich würd' gern zu dem Blauen. Wollen wir an dem Blauen einfach mal vorbei und lass' den Garrison sein. Aber ich lass' mir die Waffe draußen, weil ich hab' irgend so'n bisschen Respekt grade. Hüpf. 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 Und Bohrer raus. Voltronik, jawoll! Voltronik ist richtig. Nee, ich weiß, dass es wichtig war. Echt? Ja. Nee, ernsthaft. Also, Voltronik war, glaub' ich, für auch ganz wichtige Sachen. Warte mal, bis jetzt noch... können wir jetzt noch nicht verwenden, ne? Oder? Doch, warte mal, jetzt guck' ich... Boah, du mal weiter, ich guck' mal. Voltronik war auch irgendwas. Also, einen Power-Generator können wir auch machen, übrigens. Ah, für Strom und... Meine Power... Licht... Ah, warte mal, ist dieses Ding, was wir aufgestellt haben, war das nicht so'n Schutzteil? Weißt du, was ich meine? Ja. Ich hab's immer noch aufgesammelt. Nee, damit, äh... Ah, Voltronik können wir einen Stahl-Container herstellen, aus Steel-Ingit und Voltronik-Oar. Wir können, ähm... Voltronik-Oar können wir zum Beispiel Flutlichte herstellen. Yeah. Da können wir praktisch unseren Bereich da ausbauen. Also, wir können so einiges herstellen. Ja, hier ist es ja. Dieses Protekt... Protektiv... Ja genau, diese Protektiv-Spire. Die. Das lässt sich aber auf jeden Fall leichter abbauen hier. Ja, auf jeden Fall. Das knirscht auch nicht so im Gebäck. Geil, erinnert mich hier an... Ich weiß nicht an, was mich hier erinnert. Er ist die Frage... Armageddon, you know. Ja. Also, wir sollten auf jeden Fall ordentlich sammeln von dem blauen Kram, ne? Oh, ich hab schon fast 100, fast, glaube ich. Richtig. Da kommen Vieh, linke Seite, sehe ich ein bisschen... So, wir sollten uns doch damit super leicht irgendwie in den Berg reinfräsen können, wo... Wobei, Berg habe ich Respekt. Oh, fuck, ich sag's doch. Alter. Hatte ich gekillt. Hatte ich gekillt. Aber richtig. Okay, ich warte, ich werfe den Beacon, ja? Aber erst, wenn du in der Nähe bist. Äh... Okay, ich hab ihn gekillt. Ähm... Meinst du, du kommst zu mir? Oh, ob du das siehst? Das ist ja... Ey, im Haus spawnen ist eine total blöde Idee. Soll ich deinen Kram aufsammeln? Na, wenn du so viel mitnehmen kannst. Ich probier's. Oh. Warte. Gegner? Nein, kein Gegner. Nee, kein... Och. Ey, ich bin im Haus gespawnt und bin eh mal gestorben. Nochmal? Ist aber schon schwierig, Buggy. Was ist, was ist hier? Du bist im Haus gespawnt und dann nochmal gestorben? Ja, direkt gestorben wieder. Weil? Oh, fuck. Äh... Da, jetzt werde ich geschlagen. Du hast schon den Fleischhammer gekillt. Zumindest dein Kumpel. Oh, fuck. Der hat seinen Kumpel mitgebracht. Das ist bestimmt ein Pärchen. Okay, der ist tot. Fuck. Oh, ich muss weg. Ich bin auf dem Weg schon. Ich hab dein Kram aufgesammelt. Ich muss nicht. Alles, oder was? Ja, ja. Nee, noch nicht ganz. So, jetzt hab ich die beiden gekillt. Also den alten Bohrer brauchst du nicht. Nee, ich nehm alles auf. Ich rechne da auch nicht durch. Ich rechne da nicht durch. Okay. Ich nehm jetzt alles mit. Deine komplette Rüstung. Deine Rüstung hast du auch verloren? Ja, natürlich. Uah! Okay. Jackie, ich hab alles. Soll ich zu dir kommen? Ja. Richtung H. Hast du ein Beacon geworfen? Äh, ja. Allerdings in der Base. Okay. Ich komm jetzt. Ich versuch zu dir zu kommen. Aber dann fall ich ins Loch, ne? Wenn ich auf dem direkten Weg... Auf dem direkten Weg musst du vorsichtig sein, ja. Okay, scheiß drauf. Also wir wissen jetzt, blau und wir haben einen fetten Bohrer und alles ist geil. Ähm... Mal gucken, ob wir es schon herstellen können. Wir müssen das so machen. Einer bohrt, der Rest sichert ab. Der Rest von uns. Ja. Ja, der Rest genau. Vier allen. Okay. Ich komm mal. Ich hab noch 144. Tschüss. Gut, ich hab auch dein Kram aufgenommen. So, jetzt müsste ich eigentlich... Bitte lass hier nicht die Kule sein. Sonst dreh ich durch. Oh, fuck. Nein. Ähm, das sieht nicht gut aus da unten. Und ich halt mich an. Und ich... Jetzt halte ich an. Hallo. Hallo. Checky. Checky. Mein nackter Freund. Komm mit. Äh, irgendwo auf eine Gerade. Hier oben in die Kante. Kannst du hier in die Kante rein? Guck mal. So. Geht das? Yeah. Okay. Ähm, so. Pass auf. Oh, schwierig. Ähm... Drop. Hast du? Jawoll. Drop. Hast du? Ja. Boah, das ist aber Leggy. Warum will er denn jetzt nicht? Weiß ich nicht. Jetzt will er wieder. Ja. Drop. Soll ich mich mal anders stellen vielleicht? Ich muss immer wieder raus und wieder rein gehen, ne? Soll ich mal vielleicht irgendwie, ähm, komm, komm ein Stück höher? Es wird halt gleich Nacht. Ne, es ist uncool so. Hast du? Äh, ist vielleicht hier blöd, aber... Soll ich aufnehmen? Weil ich komm ran. Ne, ne, ist halt gut. Ich muss ja, ich muss ja immer wieder raus aus dem Menü, wieder rein. Da ist ein Strimm jetzt. Da ist... Tatsächlich. Ja, soll ich doch hier hinwerfen? Oder... Ich würde sagen, wir gehen runter in, äh, ins Gras land. Ja, komm. Dann soll ich dir eine Pistole geben? Dann kannst du mal, das wäre jetzt noch eine sichere... Äh, ja. Und ein bisschen Munition nochmal. Ja. Ähm, Pistole. Ah, wo ist die Pistole? Die war hier unten irgendwo da. Hab ich gedroppt? Ich hoffe, sie ist nicht weggepackt. Da liegt sie. Da liegt sie. Siehst du sie? Ja, ja. Okay. Und jetzt... Ah, ha! Mich hat er runter gesehen. Hast du deine Pistole aufgenommen schon? Ja. Aber ich hab ja noch einen Schuss damit, dann, ja. Oh! Ah! Nein! Ah! Fuck! Komm, wir gehen zum... Zum Haus. Okay? Ja, ich versuche dir hinterher... Wow! Bist du weiter runter? Ja. Okay. Es wird auch langsam richtig dunkel. Ach, das ist ja... Siehst du mich? Oh! Hier ist... Hier ist... Hier ist... Hier ist das Loch! Nein! Du bist nicht reingefallen. Hier ist das Loch! Bist du reingefallen? Ich schaffe es! Ja! Und der olle Vieh schubst mich richtig rein! Komm, töte mich! Wo bist du? Wo bist du? In dem Loch drin, hier. Soll ich versuchen? Soll ich versuchen? Nein, du sollst nach Hause zu kommen, ja. Ja, das wollte ich. Hier kannst du mir jetzt nicht mehr tun, oder was, Vieh? Soll ich die jetzt alleine lassen, oder soll ich... Ja, lass mich alleine, bitte. Geh zum Haus. Boah! Nein, hier ist ein Loch. Und hier ist richtig tief. Boah! Das war... Nein, bin ich wieder in dem Gleichen? Scheiße, hier sind richtig steile Wände. Was ist denn das? Wir haben noch Bohrer! Wir haben doch alles! Du Scheißspiel! Ja, wenn nicht, nutzt den Bohrer, um mich da rauszugraben. Ähm, Problem ist, dass hier eine Kante um mich rum ist. Ich wüsste nicht, wie ich hier... Wie ich hier rauskommen sollte. Da setzt die Viecher hin. Nein, du lässt mich jetzt nicht hier halb gar am Leben. Ach doch, die... Die Höhle ist relativ... Scheiße, ich will da nicht rein. Ich will hier raus. Das hatten wir doch letzte Folge erst. Endet diese Folge wie die davor, dann... Schreikrampf.de Nein, 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 das ist zu steil. Oh, nee, oder? Ich... Also, wenn ich jetzt hier in der Höhle sterbe... Muss ich leider in Rage gehen. Da bist du! Du bist da! Stehen bleiben! Stehen bleiben! Stehen bleiben! Jackie! Jackie, bleib stehen! Bitte! Bitte bleib stehen! So, hier oben auf die Kante! Ja, so! Ach, da! Wir teilen jetzt die Sachen auf. Weil ich will nicht sterben und dann... Weißt du, dass beide vielleicht... Wir schaffen es hier raus. Ich bin überzeugt, dass wir es hier raus schaffen. Ja, okay. So, pass auf, du kriegst jetzt erstmal einen Bohrer. Das ist der wichtige Bohrer. Gut. Dann kriegst du Munition und zwar die Hälfte. So ungefähr... Was sind das? 70, knapp so. Hier. Da liegt noch einer. Dann kriegst du auf jeden Fall mal eine Hose, weil das kann ich mir nicht länger angucken. Und du kriegst ein paar Schuhe. Hast du den aufgenommen? Du sagst, wenn du die Hose hast. Weiß mal jetzt nochmal rinnen einfach. Ja, super. Das geht ja jetzt ganz einfach. Ja, okay. Wie, dann kommen die beide in die Kiste? Ja, es ist... Ah, okay. So, was brauchst du noch? Äh, was zum Heilen, ne? Äh, ja. Äh, elf... Elf. Oh, Hunger. Wie viel Hunger hast du? Hälfte. Okay, ich hab... Dann muss ich das für mich verwenden, weil... Ich muss mal kurz was fassen. Ich hab auch noch ein Stück, also... Okay, dann ist gut, weil ich hatte nämlich keine mehr jetzt. Äh, was brauchst du noch? Nix mehr? Nee. Okay. Oh, 48 von dem blauen haben wir das. So, wie kommen wir hier raus? Vorschläge? Ähm... Ich hab Stone. Vielleicht können wir uns irgendwie... Können wir uns hier hochbauen? Oh! Oh, oh! Jute Idee, jute Idee. Jute Idee. Das ist ne jute Idee. Warte. Wie sieht's da drüben aus? Geht's hier weiter runter oder geht's hier... Da ist... Da ist ne ziemliche Kante. Okay, pass auf. Ähm... Was machen wir? Ich würd mich gern einfach hochbauen, weißt du? Einfach so ne Fläche. Komm, wir probieren uns hier. Hier, wo es gerade ist. Komm. Möglichst hoch. Hier kommst du noch immer rüber. Hier so. Hier ist ne Kante. Oh, Jackie. Scheiß Spiel. Nee, hier, das schaffen wir niemals. Kannst du... Das ist ja nicht in Minecraft. Na doch, man kann doch hier... Guck mal, ein Stein auffüllen. Wir müssen den Weg hier gerade hoch machen. Was? Hier hoch. Am besten. Wo hoch? Ich seh's nicht. Oder? Guck mal, ich hab da jetzt hier einen Stein umgesetzt. Den kann man doch bestimmt noch erweitern. Guck, siehste das? Ach, komm. Das schaffst du niemals. Dann bin ich schneller, wenn ich mich durchbohre. Jetzt guck, da sitzt einer über mir. Jetzt hab ich einen Stein erzeugt. Okay. Was? Wo bist du denn jetzt? Komm, wir machen das... Hier. Also ich war jetzt grad neben dir. Jetzt hier. Guck mal. Hier ist... Wo bist du? Ich seh dich immer noch nicht. Wo bist du denn? Ich seh dich schon nicht. Hier. Hier. Immer diese präzisen Angaben hinter mir. An der Kante. Was? Ach, da unten seh ich was. Da. Und dann willst du dich einfach grad ausbauen Richtung Heimat? Ja. Okay. Okay. Ich komm mal. So ein Mist. Okay. Oh fuck. Ja. Du Meister ist doch voll nicht ernst, du Ding, du. Okay, weiter rein. Weiter rein. Scheiß auf den Kacke. Warte mal, ich muss ihn looten. Da ist nicht drin. Da ist nicht drin. Ich hab nur looted. Bist du schon im Loch drin? Jetzt hängt er mir hier im Bild. Oh, sind wir jetzt echt hier eingesperrt? Vielleicht ein bisschen nach oben nach unten schwenken. Das ist so eine Aufgabe für die Folge 50. Alle Löcher mit Ausgänken versehen. Ach komm. Ist hier ein 400? Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Ich seh auch nichts mehr. Ich kann mich drehen wie ich will. Guck. Ich hab's getötet. Ich hab's, da ist noch eins. Ich steck in der Wand. Und jetzt falle ich gleich. Warte, da kommen noch mehr. Du spielst zu wackig für mich. Ich falle hier gleich runter. Warte. Jetzt nichts, Mann. Ich kann mich nicht mehr sehen. Jetzt. Wie, wie hast du denn davon angesammelt? Ja, du bohrst dich. Okay. Also mach hinter uns zu. Mach hinter uns zu. Nein, ich muss erst mal weg. Looten. Laser Turret. Ich hab dich irgendwie... Ja. Ganz knapp. Oh fuck. Ich bin... Scheiße, wo bin ich denn hier? Im Nichts. Ich weiß nicht, in welche Richtung es nach Hause geht. Das ist mein Problem. Nach oben. Nach oben? Okay, ihr Lieben. Wir sind am Ende einer... Wo bist du, Jackie? Ich bin eingesperrt. Ich stehe hinter dir. Was? Ich stehe hinter dir. Wo? Siehst du mich? Also, am Ausgang. Nee. Ich halte hier einfach die Stellung. Ich muss mich mal kurz hier... Oh nein. Doch, gut. Also, das Problem ist, ich backe jetzt gerade hier so in der Wand fest. Der Bohrer verkantet ab und zu... Titanium Ohr. Hast du echt? Ja. Ich hatte vorhin ein Voltreen Ohr oder sowas. Oder ich hab dich angebrochen, bis dir kam ein Titanium Ohr raus. Das kann natürlich sein. Oh, ein einzelner Würfel. Oh, irgendwas bohre ich an, irgendwas blutet. Meinst du, wir kommen hier raus, Jack? Natürlich. Jack, wenn wir hier rauskommen? Verdammt. Wir sind am Ende einer Folge. Wir werden es bestimmt schaffen hier raus. Nächste Runde sehen wir. Warte mal, ich mach mal hinten zu, oder? Mach mal hinten dicht. Naja, warte mal. Lass mich das mal an. Ach, Quatsch. Die kommen nicht. Lass es jetzt da. Ach, hier ist Titanium Ohr drin. Ah. Deswegen. Boah, du mal weiter. Ich versuche mal den Höhleneingang zu verschließen. Meinst du, das ist eine gute Idee? Ich kann... Ach, Titanium Ohr kann ich setzen. Nein, ich hab Titanium Ohr gesetzt. Das kam aus meinem... Wo ist denn Stone? Ich hab nicht genügend Stone. Daran liegt das. Dirt kann ich setzen. Ja, tu es. Okay. Hab ich gemacht. Oh, ich werd geschlagen. Ich werd geschlagen. Du bohrst mich an, Freund. Du bohrst mich an. Hör auf. Wie denn? Ja, keine Ahnung. Wie? Ich bohr den Himmel. Freund, aufhör. Da kommt ein Vieh. Da ist Vieh. Ja, ich bohr es ja an. Oh, das Spiel ist verbuggt. Also hier rausbohren wird wahrscheinlich ein Ding und Möglichkeit. Okay, ich will hier raus. Ich krieg Platzangst. Freunde, wir sehen uns zur nächsten Folge von Starforge wieder, wenn wir hier durchgedreht sind und uns gegenseitig gefressen haben. Jacky, die Höhle ist verstopft mit Monstern. Hahaha. Freunde, wenn es euch gefallen hat, diese Folge, lasst uns Daumen hoch da. Wir sehen uns. Ich fall weiter hier unten rein. Wir sehen uns dann übermorgen wieder zur nächsten Folge von Starforge. Wenn nicht so ein Vieh hier noch weiter in die Ritze. Oh, ich bin jetzt ganz tief. Ich bin ganz tief gefallen. Ja, okay. Ich sag schon mal tschüss. Ja. Macht's gut bis dahin. Tschüss. Tschüss. Oh mein Gott. Er kriegt mich nicht. Er ist Schweine. Das ist das Letzte, was ich tue.